ja herzlich willkommen hier bei einem ja let's play von minecraft wo ich eigentlich mir gesagt habe das spiele ich nie als lp mit wie man schon gehört hat fio und nacko und ich glaube auch draco für so special guests und so dort evans falls bekannt noch aus an oder ich bin auch hier hallo auch ich wollte heute wieder mit meinem miserablen headset ja wie immer und so mr evans draco riecher wie man auch immer will er ist als guest heute dabei aus gott zufällig dazugegenut haben wir gesagt wir nehmen mit normalerweise ist das hier ein drei leute projekt und der radio erklärt jetzt erstmal die rege einen moment da wir ihn ja auch schon auch auf der messe dabei haben darf auch gerne mal bei dem special hier noch eine runde mitspielen immer so nebenbei das auch das auch sieht dass er jetzt ja erzähl erzähl ihr könnt davon ausgehen dass ich öfter hier sein werde als euch lieb ist ich glaube nicht dass ich irgendetwas halbfertig stehen lassen werde ja okay das klären wir noch das klären wir noch teragi du bist dran ja wir versuchen dann halt in einer wie heißt es amplified amplified welt etwas vernünftiges aufzubauen und wer diese welt schon mal geladen hat oder schon mal auf so einer welt war weiß riesige kluften riesige berge schwer begehbar ja und sieht aber episch aus kann episch aussehen muss es nicht und ich kann mir schon vorstellen wenn wir richtig bauen sieht es auch cool aus so eine mischung aus höhlen und brücken netzwerk würde ich stelle ich mir jetzt gerade so vor das ist wahrscheinlich so ja ja also genau das was ich auf den normalen verwandt immer versucht habe zu bekommen ja auch um zu weinen jetzt christ es ja auf jeden fall was noch gesagt werden sollte schwierigkeit ist normal wollte ja hier keiner schwer spielen ja wird es amplified haben wir schon gesagt und das texturpack was bei teragi und bei mir gerade läuft ist das von herr sommer version 1.7 falls einen interessiert und ich würde sagen wir fangen einfach mal an okay multiplayer multiplayer auf dem schier server connecten gehostet bei ditrado und das ist keine werbung das steht direkt daneben und join the server ich sehe ein dirtblock ich sehe einen events und einen teragi hey und wenn ich mich bewege bin ich tot was los mit euch ihr steht am alter die map lädt gerade irgendwie nicht um mich rum ja die map die lädt langsam einen moment ich gehe mal eben in die settings habt ihr irgendwas noch nicht okay ist auf jeden fall auf fahr sollte also wenn es irgendwann gleich mal hier mit laden losgeht sollte ich auch ein bisschen was sehen ja der spawn ist besonders normal es ist von dillard minecraft um den spawn ich glaube zehn mal zehn oder was wir achten wir sind direkt auf dem hügel on the top auf dem berg ist cool ist die sicht ist aber ich bin auch so hell weg hier du guckst hier die schweilandschaft aber du hast hier die schweilandschaft seid ihr eigentlich behindert was macht ihr dahin ich verbreite gemeint bitte okay was über uns da macht schweine schubsen okay man sieht es bei mir hör auf das schwein zu verprügeln nein ich würde keine schweine die werden wir noch brauchen das willst du schweine reiten nein züchten wer meine wer meine vorletzte wolfenstein folge gesehen hat am tag der aufnahme natürlich vorletzte der wird sich jetzt an ein gewisses zitat hier ist der dark sander 192 das ist evans ich glaub schon mal holz narkotika ist narkotika lp natürlich alter wie ihr am längen seid was los mit euch da ist wie weit ist der vorn weißt du ja du kannst es hier abbauen nein ich kann es nicht abbauen ich guck mal was hier geht so gut aus hier nein es geht nicht ich kann auch nicht hast du uns keine rechte gegeben ich hab nichts vorstand bild stand ja ja ich hätte vielleicht doch mehr als ich gehe da jetzt mal auf den nachbarhügel und gucken ob da was geht wo ist überhaupt der sporn gewesen sollte man markieren wir alle runter ich finde der platz sieht so geil aus ja der platz da vorne ich sehe noch nichts ich sehe nur die kante ja definitiv sehr geil ich würde sagen da oben drauf eine schöne festung oder ein tor und unten rein irgendwas ins wasser was schön ist eigentlich zusammen eine stadt auf oder hier macht jeder seinen eigenen wir können machen was wir wollen ja wir bauen alle ja wir haben vorschlagen wir bauen als erstes alle zusammen eine zuflucht oder ja von mir aus gerne und ich lasse mich nicht als farmbot abstellen nur um das vorher zu sagen du bist der einzige der abbauen kann ja er hat keine rechte an es leckt nur wie es ausgeht ich kann auch abbauen doch es leckt wie sau aber ist dauert es kann gerade ganze zeit sachen ab ja auch die welt generiert ich gehe erst mal runter von dem berg hier oben gibt es nichts zu sehen die frage ich kriege holz ich habe holz abgebaut es leckt einfach nur ich hätte vielleicht mehr als ein gigabyte ram nehmen sollen kann ich ja nachbuchen später also ja ich bin hinterher mehr ram ich merke schon dass es doch ein bisschen mehr braucht für eine amplified world roja auch wirklich hat hier eigentlich bei einer erfahrung damit zu haben also wir sind zu viert da reichten gigabyte eigentlich locker das problem ist im moment nicht der arbeitsspeicher sondern wahrscheinlich eher die server last die wir hier produzieren weil die welt gerade neu gerendert wird also ich habe gerade auf dem zweiten monitor habe ich jetzt gerade mal den server übersicht auf cpu auslastung ist voll der ram ist nicht das problem sag ich ja der ist im moment nur am kotzen weil wir gerade die welt rendern ja gut also ein bisschen ruhe legge ist solche zeit erstmals ein alter ich habe hier gerade fünf minuten gebraucht um einen baum weg zu kloppen meine fresse aber ich habe fünf glöcke holz ich habe schon kein essen mehr über was ich jetzt alter das ist doof mit dem lecken ja es wird besser gerade ein bisschen wir können wir so schnell nachladen warum machst du jetzt meinen baum weil du zu lange brauchst ok dann hole ich eben samen was gehst du zur samenbank ja ich besorg uns schon mal was zu futtern was was ist los mit ihm ich weiß es ist ja bald gamescom aber wir müssen ja nicht gleich direkt eskalieren der erste oh doch oh doch müssen wir boah alter ich werde schon ein lpt mit schlechten witzen und anschößen und übrigens wag dich nicht noch mal durch mich durchzulaufen wenn ich an so einer kante stehe ich persönlich bin wirklich der meinung dass wir uns diesen wasserfall da vorne als hauptbase nehmen ich gehe da jetzt runter ist mir egal wie und wenn ich mich runtergrabe ja bei mir paddelt das nicht gerade ein also leistungsmäßig lauf ich bei fast 90 fps alles ist gut ich kann schnee abbauen mir geht es gut also läuft diese folge eigentlich jetzt am dienstag am montag oder wie die müsste eigentlich am dienstag rauskommen gamescom direkt vor der gamescom einen tag ja natürlich den tag wo wir unseren ersten stream rausknallen wie die no-lifer eine woche vorher da sind ja wir wären ja gerne früher da aber die messe macht und der platz macht nicht früher auf wir sind auf dem gamescom camp falls ihr das jetzt gerade seht ihr könnt uns jetzt gerade besuchen wir müssen jetzt gerade die zelte aufschauen wir sind gerade fleißig am aufbauen genau oder stehen noch vor der tür obwohl nein die folge misst wann raus auch immer die links einsam ja 18 uhr dann sind wir gerade angekommen sind mit gerade fertig mit dem aufbauen und essen gerade wahrscheinlich was ja wahrscheinlich big der ist doch fürs frühstück naja das ist ja immer schön die dieser baumsamen ja die saplings heißen sie genau hallo da ist ein narkotiker ah creeper creeper übrigens wenn sich jetzt einer hier auf den anderen channel sieht und meinen namen sieht nicht wundern das bin ich der Name ist ziemlich alt und da hat mal einer 20 euro davon und du hast es nicht gemacht was bist du denn nein ich bin Fan da stehe ich auch zu ach stimmt du spielst ja mit Miku ja richtig ich hab noch zwei andere Accounts aber die wir schon mal von der dritte an der dritte noch mal in dem spiel aber nach vorne drücken ach so ok gut ein neuer das spiel von beiden halben jahren mehr gespielt willkommen in meiner welt hey und wenn ich das gezockt habe dann war das im Prozent kreative und hat mir da meine eigenen zwergenhöhlen gebaut hier haben mit world edit ja genau bei der schuld ich bin dabei ich will mich gerade in den boden schlagen ich wurde gerade fast gesprengt ich sammle nämlich gerade essen ich hab schon acht steaks ja dann komm mal schon mal zu mir runter ich stelle gerade eine crafting box hin und dann mache ich mir auch Werkzeug und hole den ich habe mir auch Werkzeug und hole den ich habe mir auch Werkzeug und hole den ach ja das ist ja jetzt oh man wie lange habe ich das nicht gespielt das hat jetzt mal gespielt ja aber diese Erfolge kriegt man mit jedem Neustart na mit jedem neuen Patch aber bald auch nicht mehr mit jedem neuen Patch bald auch generell für immer so auf ewig auf ewig auf ewig oh man so ich bin jetzt hier unten ich sehe da noch ein Name Tag aber das ist glaube ich nicht Narkotika hüpft es weiß ich nicht doch es hüpft es doch dann bin ich es dann komm her das ist mir doch egal ich baue jetzt erstmal Koblesdöhn ab und schlag mich hier ein bisschen in die Wand damit wir erstmal ein Shelter haben oh nice für die Nacht mach doch mal einen Ofen ich habe hier noch ein ja in Arbeit ich brauchst mal Koblesdöhn 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 befindet ihr euch gerade an dem Punkt den ich vorgeschlagen hab ja boah dieser Blick von hier wie geil ist das denn was hast du nach oben geguckt naja komm mal hier komm ich hab da oben seid ihr da oben oder da unten wir sind unten komm mal her na guck wo bist du denn ich seh dich nicht ja du siehst doch mein Name Tag jetzt ja oft da unten so nein wo ach da jetzt habe ich dich gesehen ah guck mal von diesem kleinen Stein da runter Moment cool ich weiß was das ist jetzt muss ich dich schubsen ey E ah E so das ist unglaublich geil also wir haben hier den besten Platz auf jeden Fall ey das ist ein geiler Amplified World ja ich hab den ja auch gefunden ich meine was erwartet boah ich bin verliebt ich mag jetzt Amplified World ich war erst skeptisch da ist ein Ofen ne der Ofen kommt gleich ich sag ich war eher skeptisch mit der Amplified World aber ich bin verliebt ja die Amplified World ist cool Nako hat sofort gesagt hört sich geil an echt wo seid ihr wir sind weder Diddle Diele auf diesen Namen reagieren wir nicht und ich stell gleich ne Fackel dahin warte mal wie war es nochmal Diddle Diele war ich und Diddle Dumm war Dimitri ja richtig stimmt ich darf Nako nicht Diddle Dumm nennen das wäre Namensdiebstahl Dimi kennen wir doch hier auch der war ja schließlich auch mit uns im Anno Let's Play ihr wisst wer gemeint ist wenn ihr nächstes Mal sehen oder hören solltet erinnert ihn mein lieber Herr Nako du sagtest doch du suchst nach nem Platz für nen Shelter ich hab schon einen unter diesem Felsen ist schon der perfekte Platz für nen Shelter ich baue gerade hier meine erste Mining Area wo seid ihr beiden denn ich find euch nicht ich leck' gerade wieder leicht ja Alter jetzt leck' das wieder ja boh Teragi du bist schnell jetzt ist die CPU Auslistung aber auch wieder auf gelb und nicht mehr auf rot also jetzt ist es eigentlich hier unten irgendwo was weiß ich wo unten irgendwo unten bei dir unten achja bevor Fragen kommen der Skin der ist ähm wie war es nochmal genau den gibt es auf Planet Minecraft aber die Version hab ich mir selbst bearbeitet ach so übrigens ja mich wie wärs mal mit Essen komm mal her hier hopp 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 11 seid ihr beiden oben auch zum Teil oder seid ihr oben warum hast du hier ne Holzspitzhacke ich hab Kobbel das ist mir egal ich hab das Holzspitzhacke ich würd sagen wir machen das dort runter ne wo ist der wo ist der oben hier drinnen komm hier rein durch die Tür bitte hast du Tür? ich seh dich da unten auf jeden Fall rumkrepeln ich seh dich nicht hast du Kohle? ich bin hier oben noch noch nicht aber ich hab ein bisschen Holz ja pack mal Holz da rein warte ich mach erstmal ein bisschen Sharkol sollte ja länger halten als Holz hast du auch ne Ahnung wo hier die Brüder Fallobst rumlaufen? wir sind hier auf dem Grund wir sind Fallobst wir sind doch alle Fallobst ich hab einen Baum gepflanzt vielleicht seht ihr den ähm so einen kleinen Zeppling irgendwo stehen wo bist du ist die Frage gerade ähm in so ein Tal drin sind wir gerade äh diese ganze Map besteht aus Tals und Bergen Tee lernen Tee lernen Tee lernen Tee lernen ich bin besorgen lass mich herum wie soll ich das denn beschreiben gib ihm vor nein komm nicht den Noob-Modus lass ihn suchen nein wir machen jetzt hier nicht Noob-Modus Blockwasserfall besorg mal ein bisschen ja warte mal bist du da unten unter dem Wasserfall ja? dann solltest du uns jetzt sehen ich komm dich holen hier bin ich hier hopp 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 da läuft er da läuft er ja was ich sagen wollte ja warte mal Naco schau dir mal davon mit dem Platz an da war ich schon das warst du schon deswegen wollte ich da nicht graben nach 20 Minuten oder spiel nein 45 Minuten mindestens und dann 40 Minuten folgen erst mal die Gamescom folgen 45 Minuten Naco was ist das denn ich bin doch nicht fertig lass mich arbeiten Junge aber immerhin kann ich mir jetzt schon Sachen craften Schicke hast du zufällig drei Koggle für mich? nein blöd nicht was hier los ist ey joo es wird langsam dunkel ja wir brauchen die ersten Fackeln wo ist die Ragi? du hast halt Ragi zurückgebracht besorgt mir Holz ich bin immer noch hier oben und besorgt Holz und so hier 1 2 3 ja cool Koggle ich glaube ich ich verarbeite jetzt erstmal meine Holzspitzhacke ich schweiß den Cobblestone da weg sonst dreht ich dir das Gesicht ein ich muss mir ne Axt machen ich muss Holz veranfüllen ich töte dich gleich mit einem Apfel das hör ich dir bei Godzilla du brauchst neues ein Apple a day can keep every problem away from you if you have surrounded by your heart wie seid ihr da runtergeko- Marco ich brauch einen Cobblestone danke gekommen gelaufen Teragi ich hab mich runtergegraben ja Stück für Stück eine Steinspitzhacke mein Gott ich weiß es ist absolut hässlich was ich hier baue aber es ist einfach nur funktional mehr soll es gar nicht bringen wir sollen ja erstmal nur die erste Nacht überleben richtig und der Boden kommt jetzt erstmal raus ist das Überleben hier so ein Step oder was? hä? ist das Überleben hier so ein Step? äh ja es ist normal es ist Vanilla Minecraft Version normal nicht hart aber es ist trotzdem hart wenn du kein Shader kennst ja naja wir haben hier keine wie auf meinem alten Server keine Protection für die World wenn du hier Löcher reinspringst bring ich dich um ja Creeper explodiert und macht Löcher Svenna Minecraft ja das find ich auch gut so wenn ihr mich fragt wir haben Enderman, Griefing wir haben alles wir haben wir haben äh auch Dingens hier wir haben äh ich hab die Slams auch raus hineingesammelt ich crafte mal ne kleine Käste äh Alter geh weg ich bin jetzt unten beim Wasserfall wo seid ihr? warte ich hol dich gleich ab ich geb Nacko erstmal die 8 Holzblöcke die ich gemacht hab ich seh die Text ok ich seh auch Teragi hey Nacko hat Getting Woods was gibt's eigentlich noch nicht was wieso hab ich das jetzt gekriegt ich hab doch gar keinen Baum gefehlt uch bei dem Thema ich baue mal einen kleinen Hain auf ne da wo Shio gerade am rumblöcken ist Shio Kovat ja hier wo ich auch schon eins gebaut hab ich heiß nicht Shio Kovat ich hab hier dann noch ein paar Sachen für dich Kuh ach so Kuh ist ein bisschen Kuh Kuh äh Ach stimmt ich mach mal direkt Riesenbaum hier Richard hier ich kriegste noch ein paar Zepplings von mir mach doch direkt Riesenbäume Teragi boah hier ist ein See ok nice Och man ich wollte jetzt eigentlich Weizen anpflanzen und du pflanzt jetzt hier die Bäume an Weizen können wir uns gerade Fläche suchen Hallo Creeper soll ich den mal zu unserer Base locken? tu dir keinen zwangern tu dir keinen zwangern ach ich brauch hier erstmal ne Hole hey Creeper komm mal her komm tu dir keinen zwangern er hat sich in der Ecke gebackt und hat gebraucht also das Gerede war dass wir uns jetzt einfach so randomäßchen in die Wände reinbauen und alles wir bauen was wir wollen im Endeffekt Tragi hat hier die Regeln aufgestellt ich hab keine Ahnung ja wir wir versuchen hier was zu bauen einfach ich wäre gerade fast an Slaps gescheitert meine Fresse ist das lange her und zum Teufel ist die Base er hat die zugebaut du siehst die Tür ja eben nicht dann bist du schlecht wo war das? hä? der Ofen ist aus da eine Ho wozu? verwirrt das stimmt in den Berg in den Berg hä? ach da hinten auch ich bin auch in der voll falschen Ecke kein Wunder äh ein Schwert sollte auch mal drin sein ich hab schon ein Holzschwert oh hier sind Zepplings Zepplings oder eine Spille ein Steinschwert kann ich auch mal machen eine Spille schlachten eins zwei eine tote Spinne so dann mach ich auch mal ein Steinschwert aber das Schwein Schweinerei ey tot ist es ich muss langsam mal was essen aber ich hab ja sogar gekochtes Essen in der Tasche ich hab da eine Kiste hingestellt da ist das Essen drin ich hab das Feind aus Versehen rausgenommen und mein Fleisch mitgebraten äh ich hab hier auch noch welches wieso habt ihr schon Fleisch ja weil man Fleisch sofort kriegt wenn man Tiere schlachtet der Ragi nicht Schweine getötet hab wir müssen Weizen abbauen wir brauchen Gras was Gras oh mein Gott we need da Weed ich hab Weed sehr gut warum ist da eine zweite Craftingbox auf meiner Craftingbox ich hab die jetzt dahin geschlafen ey schluck bist du fucking dense was machst du denn ich wollt hier abbauen ich wollt hier Steine fahren auf meine Beine auf meine Beine ich baue da Sache jetzt muss ich Steine schmelzen du Penner was soll ich da denn riechen können dass du da abbaust du siehst ja nur dass ich durch die Wände durchlaufe oder was ja ich hab doch auch da abgebaut ach der erste Tote oh man ich mach den Todes-Counter nicht wir haben einen Mörder hier ey es richtet ihr hin wo muss ich hin ich hab keine Ahnung ich könnte dich abholen ich weiß wo du hin musst ja das ist schön kannst du auch bitte machen ich hab keinen Plan mhm Sekunde meine Sache will ich bitte auch wieder haben höh oh 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 die liegen da noch ich hab sie nicht aufgesammelt dann müssen die auf sonst die spawnen sie bis ich da bin ah bin dabei ich hab einen kleinen Baby-Zombies haha die ist doch voll süß ich hätte einen Zombie mit meiner bloßen Hand erschlagen noch ein Baby-Zombie hey Zombie ich hab ihn gefüttert ey er hat Rottenflash gedroppt ja das weißt du doch da vorne ist ein Creeper kannst du mich beschützen während ich äh Bauer spiel kann ich grad nicht mach da einfach meinen fucking Bunker kaputt Alter weißt du baust einen deutschen Bunker ja genau einen deutschen Mist hier ist gar kein Wasser in der Nähe fuck ach doch da unten er bohrt einen Fallout Bunker bohrt er jetzt na cooo ja ich bin ja auf dem Weg ich muss mich hier nur durch Skelette schlagen man warum awe oh fuck ey ich seh dein Name-Tick sehr gut ich muss nur aufpassen dass ich hier nicht runter geschossen bin von dem scheiß Viech ja ich seh dich hier komm ich miek wo ist der Wichser hier jetzt runter ich will gerne einen Sprüch zusammen mit einem Haus wohnen ey er meint wieder ja wär was besseres wir brauchen Eisen erst mal Richard töten ey ah du 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 das war nicht meine Treppe komm ich jetzt hier runter Da ist ein, ich hab ne Treppe gebaut da vorne, benutzt sie. Ah, ist gut. Alter, geht das hier tief runter. Wir haben, hier ist überall Wasser, aber... Aue! Wieso hast du dir deine eigene Butze gebaut? Weil Richard mich umbringen wollte. Weil das da unten nicht lebensfähig ist, was ich da unten gerade gesehen hab. Das ist ja auch noch nicht erstmal zum Leben, das ist erstmal zum Überleben. Cheo, ich hab ein Schwerz. Sag das doch mal! Das ist mir egal. Ich hab dich einfach nur gebutzelt. Was soll ich jetzt machen? Du griffst auf die Fresse! Das war ja Sache. Joa. Tatsächlich mit der scheiß Woden-Pick-Aggs. Weil das ist viel zu dunkel, als dass ich jetzt hier... War ich nicht, war Richard? Warum unsere Kohle zu verbrennen? Er hat unsere ganze Kohle verbraucht. Geh Holz fällen. Was für ne Kohle? Was? 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 Verwendet Holz, ihr Bonzen. Was? Nein! Wir... Wir brauchen Schafe. Alter! Hör auf damit! Geh Holz fällen! Geh Holz fällen! Du hast die Axt! Du hast die Axt! Du hast mich zusammen! Du hast mich zusammen! Wir sind schlicht nicht Weiber anwesend! Komischer Typen, Mann! Cheo! Mach was Produktives! Jetzt zieh ab! Ich helfe Teragi Zombies zu slayen! Ich hab zwar kein... Kein Schwert, weil Richard mich einfach umgebracht hat, aber okay! Du hast ne Axt! Die macht genauso viel Schade! Nein! Die macht genauso viel Schade! Bei mir ist wieder höchst spannend, ich fang hier gerade an mich irgendwie runterzubauen, mal gucken ob da unten irgendwas ist, ob wir da aus der Wand wieder rauskommen in dieses Tal! Und ich halte mich an die oberste Minecraft-Regel, ich werde mich nicht senkrecht runtergraben, mit Sicherheit nicht! Boah, weißt du, ich setz jetzt mal die Brightness hoch! Nein! Hör auf den Pussy-Modus anzumachen, auf welcher Stufe ist meine überhaupt! Ich seh hier nicht, ich will hier bisschen... Brightness Moody, und da bleibt sie auch! Ich hab jetzt auch die Wolken ausgemacht, das solltet ihr auch tun! Ich hab ja gar nicht, wie hoch wir sind! Alles ist gut, bis jetzt! Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein! Ah! Schio! Schio! Komm mal in die Base! Hast du sie gesprengt? Fast! How? Wirst du sehen! Komm mal her! Geh mal diese Treppe runter! Hast du doch gerade einen Boom gemacht, ne? Nein, hab ich nicht! Oh, geil! Das ist hart, oder? Du hast geil gebaut, du musst wieder lassen! Das leckt gerade wie Sau! Und bitte! Nicht! Schopsen! Was habt ihr denn da unten erreicht? Den Arsch der Welt, glaub ich! Oh! Was? Schon? Das Plumpsklo Gottes habe ich gefunden! Alter! Egal wo ich hingrabe, es geht nur noch weiter runter! Ich geh in die Richtung, da hab ich vielleicht noch Chancen! Was baut ihr denn da schon wieder? Das Plumpsklo Gottes habe ich auch gerade gesagt! Hey, Kuh! Miep! Also, ne! Miep! Hallo! Das ist hier viel zu dunkel! Die Sonne geht auf! Ja! Wie kannst du hier was sehen? Auf zu heulen! Ich hab auf Moody, du Pussy! Wie kannst du da nichts sehen? Ich hab auf dunkel, ganz dunkel! Ja! Moody! Ja! Moody! Teragi! Schon was von gehört? Das haben wir auch! Fuck! Ja! Wow! Krautschle! Nein! Also nicht bei mir, du! Ja doch! Gelingt nicht! Ich hab hier fiese Standbilder! Das ist ganz bieb! Also das liegt aber an dir! Der Server sagt alles super! Ich hab 118 FPS! Erzähl mir nix! Der Server sagt alles super! Was machst du denn da? Ich versuche... Ja, das war wieder ein Standbild! Egal was ich mache, ich kann mich hier nirgendwo runter bauen! Es geht nicht! Da muss ein Wasserfahrstuhl hin! Ich brauche einen Eimer! Ja! Das hab ich gerade eben gesagt! Ich kann Pflanzen anbauen! Yay! Hast du eine Hau, Teragi? Ja! Okay! Hey, Bauer Teragi, komm zu mir! Hey! Ich hab einen Wasserfahrstuhl gefunden! Ach! Nee! Ehrlich? Ja! So, ich werde jetzt erstmal das Wasser hier... Hey, Bauer Teragi! Hier! Friss das! Yay! Das Wasser ein-Dämmen! Was sag ich mein nächstes Achiefer? Mach einen Crafting-Table! So! Ich mach jetzt Achievement an! Jetzt fang du nicht an wie Teragi! Wie war das, wie er ein gewisses Spiel gespielt hat, nur um Achievements zu kriegen? Das Benchmarking! Ja! Das wär... Schwert! Ähm, nein! Ja, ich hab jetzt Benchmarken geschickt! Da! Da! Mein Zuhause! Ich hab einen Pilz gefunden! Cool! Hey, nice! Können wir anbauen! Oh, Alter, ey! Ich brauch eine Brücke! Da bauen wir eine! Ja, das mach ich jetzt auch! Wollen wir jetzt doch einen Location-Wechsel machen? Bleiben wir nicht hier oben! Ich hab was geiles gefunden! Ich muss es mir... Alter, ist das geil hier! Ich muss erstmal eine Brücke bauen! Eine aus Cobblestone! Warte mal, ich komm euch mal hinterher, weil hier oben sind echt schlechte Lebensbedingungen! Warum das denn? Bist du etwa kein Almöden? Naja... Wieso das denn, fragst du mich? Ähm... Wow, Feuerwerk! Kein Gras, keine ebenen Flächen... Also, Feuerwerk bei mir zuhause, jetzt nicht in Beikriff, aber... Na, Feuerwerk wirst du morgen sehen, morgen Abend! Äh... Ich brauch was zu futtern, übrigens! Das ist schön! Na gut, du sagtest du hast irgendwo natürlich einen Wasserfahrstuhl... Ja, der ist direkt links neben unserer Base! Ich überlege nur gerade, wie ich da runterkomme, ob ich mich da in die Wand erstmal bauen muss! Wahrscheinlich ja, ne? Time to farm! Hallo, Alter, das leckt sich hier gerade wieder! Nö, jetzt läuft's grad flüssig! Zwar nur noch bei 90 FPS, aber es läuft! Dann sollten wir die Saplings aber auch mitnehmen! Nehm mit, was du tragen kannst! Ich sehe Kohle, das ist schon mal sehr gut! Und es ist dunkel hier! Ich schätze mal, dass da unten auch der richtige Boden sein soll! Hallo, ich hab mich festgebackt, Alter! Es leckt! Es leckt! Es leckt wieder! Oha! Ja! Neue Map, ne? Böh! Loll! Oh, Cockjob! Jo! Loch geflickt! Yay! Ist das eigentlich hell genug hier? Da kommst du zum Grund des Bodens, oder? Du siehst doch, wo ich hier bin, Mann! Mach die Augen auf! Ich sehe dich nicht! Achieve, meinst du? Du willst doch wohl ne Cobblestone-Brücke sehen! Du rennst doch sonst immer am auf, wenn du Cobblen siehst! Wo rennt ihr eigentlich gerade hin, hier? Aber ich hab gerade voll den Drachenbau gefunden, Alter! Leute? Ach, da unten ist es weg! Es leckt! Es leckt! Krass! Jetzt ist wieder flüssig! WTF? Die Cobblblücke! Da unten ist sie! So! Ich finde keine Cobblblücke! Ich hab sie gefunden! Aber ich hab doch auch einen Lava-Spot gefunden! It's easy to see! Wuhu! Du musst natürlich sterben! Nein, deswegen baue ich sie gerade breiter! Ach, Richard, du siehst sie nicht! Warum du sie nicht siehst? Du bist zu tief! So tief? Ich brauch das! Ja, du musst eine E-P hören! Oh ja, ich sehe seinen Name-Tag im Boden! Da oben rechts am Bildschirm ran! Das ist das neue Biom! Das ist ein Filzwald-Bio, doch? Hm! Hilf mir bloß nicht! E.I come to save the day! Erstmal ein Apfel! Happy the day, keep the Doctor away! Soll ich mal... Du lines강也可以 getting back? Ja либо! B-Los! Tu's! Wir sehen, wie er stirbt! Ch pizzuarrr! Kucot River! Er hat es überlebt, verdammt! Ich habe gezielt! Ja, gezielt! Und genau den einen Block getroffen! Wie weit reicht Wasser nochmal? Việt 1.IN Block tief reichte es! Sieben, und bei sieben fließt's noch runter, bei acht bleib's liegen. Marco, was strafst du mit dieser Abfahrt-Wandel-Shit? Für Dinge, meinte ich. Für Felder. Es läuft bei sieben, bei acht bleib's liegen. Oh, guck mal, Creeper. Das war nicht mal gewollt. Marco, wenn du rückwärts weiter in die Richtung läufst, ist es um dich gesprengt. Ist da ein fucking Creeper? Ja. Wo? Ach, da oben. Hallo, Schwert. Hello, Steve. Creeper! Da unten die Fläche sieht schöner aus, als dieses Gumblige-Karge-Gebirge, wo wir sind. So, der Creeper ist Geschichte. Gumblige-Jetzt baue ich hier Pflanzen an. Ja, und? Das ist unsere Farm-Area vorläufig. Farmer Teragi ist in seinem Element. Eieieiei, ist das am Leggen, ey. Ja, grad legst du nicht. Absolutes Standbild. Ich hab nichts. 0 FPS. Sanduhr. Keine Rückmeldung. Was war das? Oha. 6 FPS. Ah, Kohle? Null. Kohle? Ich warte dann jetzt mal eben, bis ich wieder Bilder kriege. Ich hab keine Ahnung. Ich kann nicht rennen. Ich brauch was zu futtern. Okay, wir müssen erstmal warten. Alter, das Standbild des Todes. Jetzt geht wieder was. Meine Fresse, das war jetzt fast eine Minute. Ja, okay. 20, 30 Sekunden Standbild. Meine Fresse, was war das? Lass uns mal erstmal auf eine schöne Gegend frechlegen, bevor wir jetzt hier überall anfangen, Kleinigkeiten zu bauen. Zum Beispiel dieses Cobblestone-Monument, das du hier gerade errichtest, ist mir jetzt schon ein Dorn im Auge. Du kannst es gerne umbauen mit Cleanstone, bitte. Weit ich nicht. Das ist mir auch ein Dorn im Auge, aber ich musste da rüber und ein Block breit ist mir zu gefährlich. Ich frag mich nur, was du hier drüber willst. Wart's ab. Ich hab was gesehen, da will ich hin. Mal schauen, ob ich es schaffe, schneller runterzukommen als du. Ja, indem du ins Wasser springst, du Pfeife. Das hat Shio gerade schon gemacht. Ich bin schon hier hinten am Kohlefahrt. Yo, Kohle brauchen wir. Kohle, Kohle, Kohle. Ich hab noch sieben Fackeln. Geronimo! Hey, das hab ich schon gesagt. Boah, ey, das überlebe ich nicht, da runter zu springen. Boah, erst mal Clemen bei ihm, ey. Ein Glück, dass das in Minecraft absolut keine Bedeutung hat. Direkt erst mal Content-ID drauf. So. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Schnell den Pilz da oben vernichten, bevor Nacko ankommt. Bist du eigentlich retarded? Manchmal. Gut. Hey, ich hab einen Durchgang gefunden. Oder auch nicht, da wächst einfach nur Gras. Oh, nee, Kohle. Ja, das war meine Spitzhacke. Aha. Sag bitte nicht, du hast nur eine einzige dabei. Ich hatte nur eine. Hey, Benchmarking. Schon wieder. Nacko. Das ist zwar die zweite oder dritte Blöde Bench, die ich jetzt gebaut habe. 2, 3, 4, 5. 5? Mit PF? Immer hoch. 5. Getting an upgrade. HD, GZ. 6, 7 und 8. Toc, toc. Toc, toc. Boah, 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 boah. Bum, bum. Ach, kommt schon wieder. Der muss noch mitsingen. Ah. Slow response. Teragi ist noch langsamer. Da tetzt er ich auch mal 9000. Jetzt auch mal 9000. Ah, mein Schussack ist explodiert. Aber über mich lässt er, ja? Dafür habe ich immer noch drei weitere mit. Bob-Gesicht. Haha. Oh, schön. Große Bäume. Große Bäume, Pilze. Ich mag die Gegend. Das ist eine ziemlich große Kohle, Anna, die ich hier gefunden habe. Haha. Ich gebe meinen Selbstschutz auf. Haha. Oh, sieht das gut aus hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Boah, ist das am lecken, ey. Ich baue hier das ganze Kohle-Vorkommen ab und gucke mal, was wirklich despawnt und was nicht. Ja, du auch. Das ist total toll. Das leckt wie Sau. Ja, ein bisschen. Aber ich sage ja, da kann ich nichts dagegen machen. Das ist, glaube ich, serverintern nicht mehr möglich. Alter. Die Blöcke respawnen immer. Also der Ram sagt, ist okay. Der hat fein seine 800 Auslastung. Das ist also noch zweite Bedeutung. Boah, das war viel. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, Amplified. Ich weiß nicht, wie viel er zieht. Ich hatte nie Amplified-Maps. Und der CPU sagt rot. Ja, weil er rendert, sage ich ja. Der CPU sagt rot. Ja, ich weiß nicht. Da ist zwar irgendwie eine Prozentanzahl, aber die ist mir zu klein auf dem Monitor. Die müsste ich jetzt... Ja, zoom mal ran. Geh mal ran mit der Nase. Los. Ich kann mal eben... Also 80 Prozent, würde ich sagen. Sie sieht jetzt ein bisschen aus von hier. Alter. I don't see nothing. Wie soll man hier bauen? Warum erkundet ihr verflucht? Ich erkunde nicht. Ich bin in einem verdammten Nachbar-Chunk. Der... Der... Wir suchen gerade einfach nur nach dem Ort, wo wir gut starten könnten. Oh, ich habe hier was Schönes. Das gefällt mir. Wir bauen jetzt einfach hier und weiter... Weiten uns aus. Ja, bau doch da. Ja, nee. Der Staatgebiet, wo wir angefangen haben, ist absolut unwirtschaftlich. Wo seid ihr hingerannt? Also ich habe hier die Kluft Gottes und das ist göttlich. Also hier will ich bauen. Ich habe Lava gefunden. Ja, ich auch. Lava sehe ich auch. Ja. Du bist ein Zwerg. Wir suchen uns den besten Platz zum Überleben. Ja, und den passen wir uns dann noch besser an. Genau. Terayki, du bist ein Zwerg und ein Bauern. Nacko, ich bin direkt unter dir gefahren. Ja, das ist perfekt hier. Hier will ich hin. Ich habe auch nicht einen Platz gefunden gerade. Ich benutze den Wasserfahrstuhl, deswegen wollte ich hier hin. Den habe ich gesehen. Ich will da oben was bauen und hier unten. Der Wasserfahrstuhl bleibt. Warum willst du hier den Turm, oh verdammt das? Oh, nicht Turm. Boah, ich habe mir Bock meine Kathedrale zu bauen. Nicht schon, Lida, du kriegst kein Creative. Das ist hier nicht mal möglich. Ich habe hier gerade eben wunderschön ein kleines Tal gefunden. Und ich sehe hier gerade einen Zombie mit einer Eisenschaufel. Hoffentlich droppt er sie. Nein. Und wenn, ist sie kaputt? Es schneit. Ja. Es regnet bei mir. Hier könnte ich, ähm, kennt ihr Metal Gear Solid? Die sind die Leiter, die lange? Nope. Schade. Da, es gibt im Metal Gear Solid einen, Klammer auf, Endgegner. Das ist einfach, glaube ich, 10 Minuten eine Leiter hochsteigen. Und die Musik muss ich eigentlich gerade einspielen. Bist du hinter mir auf der Wasserstufe? Natürlich nicht hinter dir auf der Wasserstufe. Oh Mann. Oh nee, was ein Scheiß. Ich muss mich hier in die Wand graben. Ach nee. Ah, ich habe Schaden gekriegt. Achso, Luft ist ausgegangen. Ich muss mich hier in die Wand schlagen, in dem Wasserfahrstuhl. Oh Gott, und das mit den Lecks. Das sieht geil aus gerade. Du verlierst gerade Leben bei mir. Ja, ach nee, ich habe mich ja in die Wand gebackt. How? Weil ich den Block abgebaut habe und er doch nicht abgebaut war. A, B, C, Hilfe, ich will gleich raus. Oh shit, das geht doch meistens 100 Böcke runter. Hilfe, ich lege in der Wand. Ich blinke. Ich kann sie abbauen. Ah, hier, hier, bitte. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe einen Cola-Hala gefunden. Ach, Platz da. Ah, ich habe einen Stehplatz. Uiuiui, der Wasserfahrstuhl. Ich habe einen Stehplatz gebaut, kannst du reinkommen? Bitterwegs, du hast mich aber gerade rausgeschubst. Ei. Ich habe keinen Leck, wie sonst was, ey. Jo. Hm. Jo. Die Racki ist da immer noch am Farben. Ich bin der Farber. Geboren auf den anderen Melken. Kühe. Ja, du mich auch. Er kriegt nichts von deinem Brot ab. Das ist wohl Wurschabfleisch. Noch. Ich bin hier der Züchter. Ich züchere auch das Fleisch. Und wenn du auf meine Felder gehst, dann komme ich mit. Du in der Schrotflöte schießt dich tot. Genau. Ja, er ist ein richtiger Moment. Und ich habe ein Standbild. Ja, ich auch. Ich bin auf einem völlig neuen Ort gerespawned. Das ist nicht gut. Nur zum Hacker bin ich. Woher soll ich das wissen? Ich habe keine Map, kein nichts. Du hast nicht mal eine Dün-Map aufgemacht, Alter. Alter, das ist ein Vanilla-Server. Die geht auch auf Vanilla-Servern. Ich bin auf jeden Fall auf Wolken-Ebene. Okay. Über den Wolken. Dann brauche ich hier eine Dingens ein. Mache ich dann in der nächsten Aufnahme. Dann packe ich mir die auf den zweiten Monitor. Mein lieber Herr Schio. Dün-Map. Ja, Dün-Map ohne Bucket, das weiß ich nicht wie. Creeper. Kennst du Dün-Map-Bucket? Ich meine, es gab auch eine Version ohne Bucket, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Will ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Kann ich hier auch mal auf Licht stoßen, oder ist das hier der ewige Tunnel? Wo bist du denn? In meinem Tunnel bist du nicht. Ich bin nebenan. Ich sehe deinen Name-Tackler. Ich habe bis gerade gesehen. Ah, ich sehe Licht. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich bin. Dann lauft doch einfach. Nein, lauf nicht. Nicht exploren. Nicht exploren. Das Gebrieh, dann bin ich auf jeden Fall geladen. Okay, nicht ins Licht, Johnny. Was? Hier ist Schnee. Oh, Schweine. Und Bäume. Da hast du ja Schwein gehabt. Wie hieß nochmal dieser eine Berg bei Oblivion? Die Schmerklippe oder so, oder? Der größte Berg in Tamriel. Ich bin oben. Tamriel ist der Berg, auf dem die Kauber sind. Ich meine, der höchste Berg in Cyrodiil. Ich meine, der Schwimmer fällt, so der Schwimmer, irgendwie sowas. Da hinten, das sieht eins zu eins aus. Genau mit dieser scheißen Klippe, wo ich den Adrena-Feld immer runtergetreten habe. Oh, Mann, ey. Hallo, Weltkrieg-Generäder-Feld. Oh, warum brauchst du mich? Der Adoring-Feld, der ist super. Okay, wir müssen diese Schweine einzäunen, und zwar schnell, bevor sie weglaufen. Hau auf mich zu schlagen. Oh, Leute. Ja. Ich habe hier gerade so einen richtig geilen Berg gefunden, der dick anfängt, in der Mitte dünner wird, so richtig auf eine 6-Block-Breit, und oben wieder dick wird. Voll der Dickmann. Und dann noch dazu richtig spitzhoch zugeht. Der super Dickmann. Hat natürlich keiner daran gedacht, hier Crafting-Termy mitzunehmen, oder? Ich habe einen dabei, natürlich. Okay, hau ihm auf den Boden, bitte. Ja, gleich, gleich. Ja, ich sagte, ich soll hier Schweine einzäunen. Ja, ich habe aber kein Holz zum Einzelnen. Ach, du hast Holz! Ich habe aber Holz, ja. Ja, hier. Wof the fuck, wo bin ich? Ich denke, also bin ich. Der einzigste Nachteil ist, dass Mr. Eves das gerade ist, der hier den random Ort hat, ist, dass es keiner von uns jemand sehen wird. Es sei denn, wir hätten eine Dyn-Map, dann wüsstet ihr, wo ich bin. Bau den scheiß Kompass! Und was auch immer ihr sagen oder tun werdet, ich werde mich jetzt hier aufbauen, weil die Gegend einfach zu geil ist. Die nächste, in der nächsten Folge werde ich versuche, ein Dyn-Map eingerichtet zu haben. Versuch's. Ansonsten müssen wir in der nächsten Folge einmal auf Bucket wechseln oder was, keine Ahnung. Ich bin gerade eben fast explodiert. Schon wieder? Ich bin noch einen Block neben dem Dingens... Hey, deine Funken, deine Qualität ist besser geworden. Ich habe eine Idee. Ich gehe jetzt einfach in die Lava und sterbe und gucke, wo ich rauskomme. Ja, mach das. Du spawnst eigentlich immer da, wo du sonst... Halt Spawnpunkt, aber immer auf eine andere Höhe. Hey, es leckt nicht mehr. Ich bin schon nicht on the top gefahren. Es leckt nicht mehr. Du bist jetzt einfach nur noch versucht, die Schweine hier reinzbuchst. Ja, das mache ich schon gleich, keine Sorge. Die schubs ich. Schweine schubsen. Bau die Falle, die Schweinefalle. Die Schweinefalle. Die Schweinefalle. Try to swim in Lava. Yee. Gio, nicht den Dirt abreißen, den brauche ich noch. Ja, aber die Schweine müssen wir eben ehrlich haben, sonst springen sie uns über die Bauern. Ja, schon. Die müssten... Bau den Zaun unten in den Boden. Dann kann man die Schweine da reinschieben und sie kommen nicht mehr raus. Was? So, Moment. In etwa so. Hä? Warum? Weil man die Schweine dann hier reinschieben kann, aber dann kommen sie nicht mehr raus. Achso, weißt du das. Das ist die Schweinefalle, mein Gott. Wir sind eigentlich hingegangen. Verschwunden, Tyraeli. Wir sind gewenscht. Aua. Seit wann bist du ein Rogue? Gerade eben geworden. Ein Rogue mit einer Plattenrüstung. Die es gerne von hinten tun, ne? Okay, ich folge jetzt einfach der Map dahin, wo sie geladen ist. Dann müsste ich eigentlich... What the fuck. Ein Minder-Schiller-Krater. Scheint gut zu funktionieren. Okay, ich werde das Schweine zwar schieben, aber es will nicht spinken. Habt ihr kein Tor? Nein. Nein, Tor haben wir noch nicht gefunden. Aber sein Hammer. Aber Tor soll doch angeblich weiblich sein. Ja, der soll weiblich werden. Oh Gott. Mein Gott, es ist gesprungen! Es ist gesprungen! Oh, du wirst missschweigen. Das hat voll den Sprung in der Schüsse. Ich hab hier hinten Schweine und was. Ja, die sollen hier nur nicht runterfallen, deswegen müssen wir sie einsammeln. Richtig, es hat sich fast gerade schon runtergesuizidiert. Bleib hier stehen, du bist wie. Seid ihr gerade zufällig in einem Schneebium? Ja, definitiv. Schwein, spring. Kommst du nicht raus. Spring. Okay, ich glaube, ich hab Teragi gefunden. Hier ist ein Feld. Schwein, spring. Ja, hey, hallo. Teragi, hier ist alles Creeper verseucht. Ich weiß. Bringt das Schwein zum Spink. Ich, ich werde schonmal, äh, ein bisschen Kohle machen. Bist du mitzuharrtet? Die haben keinen Bock. So, guck ich mal, die Scheissschweine. Boah, die Nächte, die werden so scheiße. Da, da bist du. Wenn wir Creeper fahren, wir weg. Nimm mein Schwer. Mach den Zaun. Ich hab dir Zaun hingeworfen. Nimm mein Schwer. Übrigens, deine Butze ist total unsicher. Was? Weil ich auch da letztens reingegangen bin, äh, kam ein Skeletthund entgegen. Richtig, da müssen ja auch noch Zäune in die Löcher in der Wand. Das Gebiet hätte normal der vernünftige Menschen verstanden. Oh shit. I made a huge mistake. Hast du heute in the game? Ja. Ich bräuchte ein Steak oder so. Einer reichen, oder, nee, zwei reichen. Ich brauche eine Spitzsacke. Ich will gern wieder weiter. Oh, Schwein. Schwein. Bewegt dich in die Richtung. Äh. Äh, 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 äh. Ich schubze Schweine. Was? So, retarded. Hier hast du ein zweites. Jetzt geht's über freiwillig da rein. Da. Zwei Stück. Ist das Hardcore oder ist das Hardcore? Vielen Dank. Mach's zu. Nice. Ha, wir haben Schweine. Trapped. Ab jetzt können wir füttern. Jetzt brauchen wir doch Stroh. Alter, dieser Schnee und es wird Nacht. Wir sollten uns mal einen Erdverschlag bauen hier. So Erdverschlag sagst du? Irgendwas. So. Ich versuche jetzt mal euch zu finden. Entweder ich buddel mich hier in den Boden oder ich baue mir eine Erdhütte. Eins von beiden. Ich baue mir eine Holzhütte. Hab keine Holzhütte. Ich glaube, Saragi wird den Berg nie verlassen. In den Berg. In den Berg. Hast du mal eine Fackel für mich? Wäre echt geil. Ich hab noch kein einziges Schaf gesehen. Das bricht doch nicht, solange wir nicht alle ein Bett haben. Doch, ihr könntet kurzzeitig den Server lieben. Nein. Nein. Kein Noob-Modus. Kein Noob-Modus. Das hat nichts mit Noob-Modus zu tun. Das ist ganz normal. Das ist, hast du den noch nicht erspielt und wir trickseln uns den gleichen Effekt. Kein Noob-Modus. Wirklich exploiten. Jetzt heul dich ruf. Hast du jetzt mal eine Fackel oder nicht? Ja, hier kleben doch genug. Ja, kannst du mir eine davon geben oder nicht? Kauf dir eine. Alter, willst du mich gerade verarschen? Eigentlich schon, ja. Aua. Gut. Aha. Ah, hier hängen welche. Aua. Blödes Skelett. Leck mich doch am Arsch. Nee, lass mal. Bist du noch einen sauberen Arsch und dich so und brennen? So, jetzt versuch ich mal erstmal euch zu finden. Psst, witz. Mist, ich hab kein Dirt mehr. Was? Dirt, Dirt. Dirt, Dirt. Wo ist meine Fackel hin? Wo ist Dirty Dirt hin? Ey, Riebus und Bassett. Ich bin gerade da, wo die Pilze standen. Wo seid ihr? Wasser fahrstuhl nach oben. Äh. Oh Gott, ich sehe eine gigantische Cobblestone-Ebene. Das kann nur Teragi sein. Nein. Das ist generiert. Das ist auf jeden Fall. Ah ne, es ist eine Wolke. Boah, Gott sei Dank. Es ist eine Wolke. Was? Ich brauche nicht Cobblestone. Ich bin noch nicht, äh... Ich habe ein Haus aus Holz. Ich bin noch nicht der ursprüngliche Fallobst. Okay, das stimmt. Also warte mal, ihr sagt. Genau da, wo die, ähm... Hältst du mal den Wasserfahrstuhl hoch, oder wo? Den ganz langen Wasserfahrstuhl bis zum Gipfel. Oh nein. Doch. Oh nein. Da ist sogar eine Fackel ganz oben, solltest du sehen. Da müsste man echt diese, diese Dingens einspielen. Diese, diese, die Leitermusik. Also ich würde da viel eher für das Rocky-Themen, Alter. Hoch da. Ach, das Geil-Themen. Das Geil-Themen wäre doch besser, das passt immer. Das Sangreve-Themen. Okay. Weil Sangreve einfach nur männlich ist. Das hat wie viel damit zu tun, dass du gerade einen Wasserfahrstuhl hochgehst? Es ist eine männliche Aktion und Sangreve ist damit auch der männlichste Mann der Videospielgeschichte. Okay. Manly Man Man. Richtig. Mal kurz erkannt. Eigentlich war das ein Random-Kommentar, aber ja, natürlich. Aber selbst verfreitlich. Oh, hab ich da Schaffleisch, ey. Ach, das ist Rottenfleisch, da. Ich wollte gerade sagen, Schaffleisch. Seit wann gibt es das denn in Minecraft? Laut Epic-Minequest gibt es das. Ich hab's nur noch nie gefunden. Ähm. Ich glaube, die Folge ist jetzt vorbei. Ja, sie ist exakt seit 23 Sekunden vorbei. Das ist richtig. Und wir machen uns hier jetzt eine wunderschöne Tür noch an die Butze und dann können wir gerne pennen gehen. Also, log. Ich bin Beschweide-Gefäh-Käfig gefangen. Du Depp. Du bist Deppert, weißt du das? Oh, du! Deppert Dave. Ja. Deppert Dave. Da müsste jetzt noch so Zombies rumlaufen, das wäre so lustig. Komm, Pell. Komm mit mir hier, Hopp-Bob, rein in die Butze. Auf dem Weilenhaus, da ist es wenigstens egal. Einfach nur Butze. Hauptsache dunkel. Hauptsache dunkel. Hier liegt Schnee im Haus, hier ist kalt. Hier ist kein Schnee im Haus, das ist halt eine Lüge. Den klopfen nur noch eben schnell weg. Schafft Ivans auch noch seinen Hintern hier rein zu bewegen, oder ist der immer noch auf dem Wasserfahrstuhl? Lass mir eine Toolbox in Ruhe. Ist doch scheißegal, der nimmt sowieso nicht auf, oder? Lass mir eine Toolbox in Ruhe. Ich vertrete sie nur, ich mach sie nicht kaputt auf jetzt damit. Warte, ich mach wieder Trick 17. Haha. Okay, das Schwimmtempo ist langsamer geworden. Also? Nein, gib mir mal eine Toolbox wieder. In die Mitte des Raums. Alter! Dieser Raum hat keine Mitte. Hat er wohl. Tragi, lass hier nicht rum. Doch. Wir sind hier in einen dringenden Diktaturstart. Warum ist da ein Loch? Oh, da ist vielleicht... Alter! Boah, Alter. Because of reasons. Du hast doch keine Ahnung. Nein! Lass das! Nieser Penner! Hör auf den Scheiß! Hey, Evans hat das geschafft! Hey! Uh, uh, uh! Hast du einen Ofen mit? Nein! Mann, jemand! Seid ihr Eichbild? Lass das, bitte! Ich wollte die Fackel haben, du bist mir hier reingerannt! Oh, alles Lügen, ey! Hot Topic? Ich hab einen Ofen gebaut. Awesome. Okay, dann, äh, naja, Teragi ist irgendwo am Landwirtschaftssimulator spielen und, äh... Ja, ich warte, bis das Weizen ready ist und dann kann ich auch mal zu euch. Gut, dann machen wir jetzt hier trotzdem erstmal für die erste Folge den Cut. Wir haben schon nämlich ein wenig Überlänge. Gibt's denn da Wasser? Und ich muss kein... Ja! Klappe zu, wir moderieren gerade ab. Beweg dich an! Auf jeden Fall setzen wir dann jetzt hier den ersten Cut und, ja, das war dann der erste Gamescom-Tag, der Dienstag. Und wir machen dann morgen weiter. Genau! Ganz ruhig, Fio, ganz ruhig. Ich freu mich verkehrt. Bis morgen! Ciao, ciao! Bye, bye! Zack! Build anything you want, day or night, rain or shine, because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle, invent a new machine, or take a ride on a roller coaster, play with friends, build your own little community, protect yourself with the strongest armor that you can craft, and fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do, with no rules to follow. This adventure, it's up to you.